Lassen Sie uns mal über externe Speicher reden. Von diesen lustigen Lochkarten haben Sie ja schon öfters bei mir gehört. Standardmäßig hatten die 80 Spalten. Deswegen können Sie mit Fortran 4 zum Beispiel auch immer nur maximal 80 Charakters pro Zeile eingeben. Wobei, vielleicht noch mal zur kleinen Unterhaltung, das so war bei diesen alten Fortrans, neue Fortrans sind da sozusagen formlos, da können Sie das machen wie Sie wollen. Bei den alten Fortrans war es so, die ersten 5 Spalten waren reserviert für Sprunglabels. Zum Beispiel, wenn man sagen würde, GoTo1000, da kamen diese Sprunglabels zum Beispiel 1000 hin. Wenn in der 6. Spalte ein Loch war, eine Lochung, und zwar irgendeins, dann hieß das, das ist eine Folgekarte. Das heißt, die kommt sozusagen auf die, gilt für die, kommt nach der vorangehenden Karte, zum Beispiel für lange Datensätze und dergleichen. Oder eben Fortran-Befehle, die über mehrere Zeilen gingen. Da hat man dann sozusagen der 6. ein nichtblänkes Zeichen gelocht. Und dann sah der Fortran-Compiler, okay, hier geht es weiter mit dem Statement. Ab 7 bis Spalte 72 kamen die eigentlichen Fortran-Statements. Und 73 bis 80 war freigehalten, als Kommentar praktisch. Da hat man meistens eine fahrtlaufende Nummer reingelocht, dass, wenn einem der Kartenstapel mal auf den Boden geflogen ist, man gesehen hat, auf einen Blick, aha, das ist die Karte 1, das ist die Karte 5, Karte 2, damit ich wieder sozusagen richtig sortieren kann, Karte 1, 2, 3, 4, 5. Vollkommen absurd und abstrus, wenn man das heute sieht. Allerdings, eins muss man dazu sagen, solche Speichermedien, die halten, wenn es sein muss, 100 Jahre. Wenn die ordentlich gelagert sind, irgendwo trocken, in einem dunklen Keller, dann geht an so blöden Karten nichts kaputt. Solche Großcomputer, die man mit so Karten gefüttert hat, hat man in einer speziellen Sprache sozusagen ansprechen müssen. Sie haben ja schon von der berühmten IBM 370-168 gehört, mit der ich selbst gerechnet habe. Hier sehen Sie das nämlich, hier, Reek, Message Level, irgendwas. Und zwar mit der sogenannten JCL, das ist die Job Control Language für diese großen IBM Maschinen. Auf so einer Maschine konnten es sein, wenn es sein muss, 1000 Leute rechnen, wenn es unbedingt sein musste. Und Sie mussten zunächst deswegen, weil das sogenannte Timesharing-Systeme sind, mussten Sie angeben, praktisch T gleich 100. Das heißt hier, deswegen ist es als Erklärung in orange, das bedeutet, Sie fordern maximal 100 CPU-Sekunden an. So wie Sie eine Sekunde länger gebraucht haben, ist Ihr Job gekillt worden. Danke, das war's. Und 4L gleich 4 heißt maximal 4000 Druckzeilen. So, dann kommt hier auch sowas. Das ist zum Beispiel hier Plotten, Plot-Data hier. Anleg, Exec, Alloc, da geht es ums Plotten bei der ganzen Sache hier. Wir müssen nicht jeden Befehl genau durchgehen, das ist relativ uninteressant. Sie sehen hier Exec, SAP 4. Und das wurde hier als Kernspeicher angefordert. 572K, Kilobyte, nicht etwa Megabyte und schon gar keine Gigabyte, Kilobyte. Weil die ganze Maschine, die hatte damals 1 Megabyte. 1978, das muss man sich mal reinziehen. Jetzt kommt hier der eigentliche SAP 4 Datensatz. Den sehen wir gleich. Praktisch an dem Slash-Stern sieht praktisch wieder der Computer, die JCL, der Datensatz ist rum. Und dann kommt ein Plot-Shop hier, nämlich SAP 5, SAP-HIV-Plot. Das ist das eigentliche Plot-Programm hier. Ich brauche noch mehr Speicher. Brauchen Sie alles nicht mehr zu wissen. Aber früher musste man das wissen, um so einen Großcomputer überhaupt anzusprechen. Diesen ganzen Mist musste ich mir nebenbei auch noch selber reinziehen, wie man das macht. Und das eigentliche SAP 4, was, falls es Sie interessieren sollte, Sie das heute kostenlos im Quelltext aus dem Internet runterladen können. Viel Spaß, weil das ist FATRAN 4, der allerübelsten Sorte. Und Sie sehen, im Prinzip sind hier die ganzen Daten gelocht, hier eben entsprechend. Wie Sie das kennen, was das im Einzelnen genau ist, ist relativ Banane. Man muss also schon wissen, wie der Aufbau hier ist in den einzelnen Spalten, weil FATRAN, gerade diese alten FATRAN-Arbeiten, genau spaltenorientiert. Das heißt, man musste beim Lesen sagen, lies von Spalte 30 bis 35 sinngemäß und interpretiere das von mir als Gleitkommazahl, Integerzahl, irgendwas. Das nur so am Rande. Neben diesen Lochkarten gab es auch Lochstreifen. Die hatten standardmäßig neun Spuren und das hat man in den 70er Jahren auch benutzt, um Daten und Programme für Kleinkomputer zu speichern. Und man hat es, wir hatten es in der Firma sehr lange benutzt, bis in die 90er Jahre, zum Speichern von NC-Programmen für NC-Maschinen. Also die sozusagen computergesteuert sind. Wir haben das dann später um die 1990er Jahre umgestellt. Da war ich übrigens mit involviert, sozusagen von dieser Speicherung, dass die NC-Maschinen sozusagen direkt per Ethernet-Kabel mit den Programmen versorgt werden. Sie müssen sich halt 30 Jahre zurückversetzen. Früher war das so, der Werker an der Maschine, ob das eine NC-Drehmaschine oder Fräsmaschine war, der bekam die Zeichnung und bekam dann mitgeliefert in so einer Plastikdose das eigentliche Steuerprogramm. Das wurde in der vorgelagerten Abteilung gemacht, und zwar in der AV, in der Arbeitsvorbereitung. Da saßen Spezialisten, die haben dann für diese Maschine die Steuerprogramme geschrieben und haben sie hier auf diese Lochstreifen übertragen. Und der Maschinenbediener bekam eben die Zeichnung, Lochstreifen einlesen, ab die Post. So antiquiert das aussieht, das hat einen riesen Charme. Auch das hier, das kann auf den Boden fliegen, da kann ein riesen Magnetfeld von einem dicken Motor in der Nähe sein, das ficht den alles überhaupt nicht an. Das sogenannte Signalstörverhältnis, das ist überragend bei so mechanischen Speichern. Und wenn man sie eben halbwegs ordentlich behandelt, dann halten die Dinger 100 Jahre, was man bei heutigen Programmen, die auf irgendwelchen SSDs gespeichert sind, nicht unbedingt behaupten kann. Die eigentlichen Festplatten sind ja einfach, wenn Sie so wollen, Blechplatten mit einer Magnetschicht. Da läuft dann so ein Arm drüber, vorne mit so einem Schreiblesekopf. Und die allerersten, das ist eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, eine Erfindung auch der IBM, die Festplatte. Und die ersten Festplatten, die konnten 30 Megabyte speichern. Zweimal 30 Megabyte, deswegen nannte man die IBM 3030. Jetzt muss man dazu sagen, das Kaliber des berühmten Winchester-Gewehrs aus dem Wilden Westen, Sie wissen, die berühmten Unterhebelrepetierer, mit dem dann John Wayne immer durch die Gegend turnte. Die hießen Winchester, deswegen nannte man diese Laufwerke auch Winchester-Laufwerke. Das hat man auch viel später noch gesagt, wegen diesen 3030, weil das das Kaliber dieses Gewehrs war. Sagt heute kein Mensch mehr, wurde aber noch vor 20 Jahren, war das ein durchaus beliebter Ausdruck für Softplatten. Mal von der Seite geguckt, hier sehen Sie so einen Schreiblesekopf, der mit einem minimalen Abstand, der schleift also nicht, hier drüber fliegt. Deswegen war es ja früher also tödlich, wenn man die Dinger ein bisschen ruckartig während sie liefen bewegt haben, weil dann ist dieser Kopf halt doch auf diese Oberfläche geschlagen und hat da eventuell Flurschaden angerichtet. Solche Platten, zumindest früher, vielleicht heute noch schneller, die haben zum Teil bis 15.000 Umdrehungen gemacht, geht also ganz gut zur Sache. Und hier praktisch sind mehrere Platten und Oberflächen und diese Arme werden gleichzeitig rein und raus auf die verschiedenen Spuren gefahren. Und Spuren, die übereinander liegen, von Platte zu Platte, nennt man dann die Bilden einen Zylinder. Und Sie können bei jeder Platte wieder praktisch die gedanklichen Kuchenstücke unterteilen, das nennt man einen Sektor. Und die Zugriffslogik, wie man auf Zylinder und Sektoren zugreift, das ist in der Platte selbst auch wieder in E-Proms und dergleichen niedergelegt. Und praktisch auch in den Kontrollern, die diese Dinge ansteuern. Lassen Sie uns mal kurz über Betriebssysteme reden. Immer wieder dankbar dieses Thema. Und zwar, Sie müssen sich das so vorstellen. Hier unten ist die Hardware. Das ist eigentlich nur teurer Elektronikschrott, der von sich aus mal noch gar nichts kann. Dann kommt als nächstes das Betriebssystem. Und das stellt sozusagen, das ist die Schnittstelle zu den Anwenderprogrammen. Anwenderprogramme sind CAD-Programme, WinWord, Excel, Spiele, E-Mail, Internet, was immer Sie wollen. Und dafür stellt das Betriebssystem die Ressourcen bereit. Nämlich Speicher, Kernspeicher, Plattenspeicher, Schnittstellen, Tastatur und Bildschirm. Ganz wichtig. Denn die Anwenderprogramme greifen nur in ganz seltenen Fällen direkt auf die Hardware zu. Üblicherweise nicht. Ich habe den Strich bewusst gemacht. Das kann man machen, wenn man entsprechend programmieren kann. Aber üblicherweise greifen die Anwenderprogramme über das Betriebssystem zu. Das greift wieder auf die Hardware zu. Was gibt es für Betriebssysteme? Es gibt eigentlich zunächst mal drei grundlegende Typen. Nämlich Single User, Single Tasking. Das heißt, wir haben nur einen Benutzer. Ein Prozess, der gerade gleichzeitig läuft. Typisches Beispiel war das Betriebssystem MS-DOS früher. Der Vorteil ist, das ist sehr kompakt. Und man hat sowas auch heute noch für spezialisierte Computer wie Industriecontroller und sowas. Und der Charme ist natürlich noch einer. Wenn das richtig gemacht ist, da hat kein Virus und kein Hacker eine Chance von außen. Nächste Komplexitätsstufe, Single User, aber Multitasking. Ein Benutzer, aber mehrere Tasks laufen quasi parallel. In Wirklichkeit nicht ganz, Sie werden das gleich sehen. Ein typisches Windows. Das sind also die typischen PC-Betriebssysteme. Windows 95, 98, NT, XP, Windows 7, Windows 10 und dergleichen. Und die höchste Komplexitätsstufe ist Multi-User, Multitasking. Es können beliebig viele Benutzer scheinbar gleichzeitig arbeiten. Und jeder Benutzer kann wieder beliebig viele Tasks oder Prozesse parallel laufen lassen. Berühmt ist das Betriebssystem der Richtung Unix. Also auch von Ihrem Handy. Theoretisch kann das das. Nur natürlich mehrere Leute, die mit einem Handy telefonieren, das wird etwas schwierig. Und dann natürlich die Großcomputer-Betriebssysteme, wie zum Beispiel von der IBM, früher das MVS, Stand für Multiple Virtual Storage, OS 400, das Operating System für die Mitrange-Serie von IBM, für die AS 400. VMS steht, glaube ich, für Virtual Machine irgendwas. Und alle möglichen Spezialsysteme, das sind die typischen Mainframe-Betriebssysteme, aber auch alle Unix-Systeme. Sie können, ich habe das früher, wie wir noch viel mehr Zeit hatten, in der Uni vorgeführt, einen hundsgewöhnlichen PC mit Unix. Oder besser gesagt, einem Linux. Und da haben wir einfach ein paar Terminals, also dumme Bildschirme mit Tastatur angehängt. Und dann konnten mehrere Studenten da gleichzeitig arbeiten. Das haben wir nun mal als Demo gemacht, weil das würde sich heute nicht mehr lohnen. Aber sowas gibt es immer noch von der IBM. Die liefert ja auch große Maschinen mit Unix, nicht nur mit ihrem Spezialbetriebssystem. Das hat seinen Namen. Unix ist entwickelt worden um 1970. Ich hatte Ihnen schon mal gesagt, das ist eigentlich ein Wortspiel. Sozusagen das frühere Betriebssystem Multics, sozusagen als Revival. Und das hat man dann viel simpler gemacht und abgespeckt und nannte es Unix. Das ist so ein typisch amerikanisches Wortspiel. Und der eigentliche Hit war, das war zunächst in Assembler für eine PDP-7 von der Firma DEC programmiert. Und etwa 1973 hat man das auf C umgestellt. Da gibt es ein tolles Buch, was ich Ihnen wärmstens empfehlen kann, von dem Miterfinder des Unix-Systems, nämlich Brian Körninghan. Da gibt es ein schönes Buch über die Entwicklung von Unix. Alle, die ein bisschen computerinteressiert sind, würde ich Ihnen wärmstens empfehlen. Damit ist Unix eigentlich das dienstälteste Betriebssystem. Denn Sie sehen, das ist älter wie MS-DOS. 1973 hat Bill Gates noch nicht mal daran gedacht, eine eigene Firma zu gründen. Da hat er wahrscheinlich gerade in Harvard angefangen zu studieren. Und es ist als Linux das einzig freie Betriebssystem. Sie wissen, es ist auf jedem Handy vorhanden, denn Android ist auch ein bisschen ungemodeltes Linux und das iOS für das iPhone, nämlich DITO. Und in jedem besseren Fernseher, modernen Fernseher ist ein Linux drin. Das ist nicht nur das dienstälteste Betriebssystem, das ist auch das meistverbreitete. Und Sie können daran erahnen, weil es das dienstälteste ist und trotzdem so wahnsinnig verbreitet ist, und zwar auch bei modernen Entwicklungen, muss das verdammt gut angelegt worden sein und erstacht sein. Und das ist es auch, wenn Sie sich damit mal ein bisschen befassen. Der Name Unix kommt eigentlich von AT&T, American Telephone and Telegraph. Linux hat dann, das ist sozusagen ein Clone. Das ist nicht der Quellcode von Unix, ein bisschen umgemodelt, sondern der geniale Linus Torvalds. Hat sozusagen die Funktionalität von Unix genommen und hat sie neu programmiert als Linux. Genial, muss man sagen. Die Firma Siemens hat früher ein Unix-Betriebssystem namens Senix gehabt. Dann gab es mal zu Lehrzwecken von einem Professor Andrew Tannenbaum, Minix oder Minix. Und da hat sich sozusagen, da gab es auch ein ganzes Buch drüber, ich habe das. Da ist also wirklich, da beschreibt der Professor Tannenbaum, wie man Betriebssystem eigentlich aufbaut, was das für Einheiten haben muss, wie das Ganze geht. Der hatte auch C-Programme drin. Und das hat sich nämlich der Linus Torvalds angeguckt und hat sich da sozusagen viele Ideen geholt. Das ist ja vollkommen okay. Und hat darauf sein Linux aufgebaut. Microsoft selber, das wissen die wenigsten heute noch, hat mal ein paar Jahre selbst ein eigenes Unix gehabt und vertrieben namens Xenix. ULTRIX war von der Firma DEC, die inzwischen auch längst tot ist. Dann gab es Unix, das war von einem Supercomputerhersteller, kommt gerade nicht auf den Namen, ist auch nicht wirklich wichtig. Und Mac OS X von Mac ist auch ein sehr schönes Unix, wobei es bei Unix eigentlich zwei Stämme gibt. Das ist auch nur für die Interessierten und zwar den Stamm System 5 und BSD Unix. BSD steht für Berkeley Software Distribution. Das sind zwei frühe Zweige. Denn AT&T hat die Quellen von Unix sehr bald an amerikanische Universitäten gegeben, die das weiterentwickelt haben. Das war auch eine sehr schlaue Idee. Und ein Zweig davon wurde auf der Berkeley University weiterentwickelt. Deswegen, das ist der Stamm BSD Unix und das Mac OS X, das ist nämlich vom Stamme BSD Unix. Linux ist vom Typ eigentlich in System 5. Das sind jetzt aber Feinheiten, ich könnte sie Ihnen erklären, aber brauchen Sie mal wissen. Ich hatte Ihnen vorhin auch gesagt, mehrere Benutzer greifen quasi zeitgleich zu. Und zwar, das geht wie folgt. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier Terminals und Sie haben eine Zentraleinheit. Ich hatte Ihnen ja gesagt, haben wir vorgeführt, normalen PC mit Linux und dann so dumme Terminals angehängt. Und da ist es in Wahrheit so, das machen alle Betriebssysteme, auch Windows. Das heißt, der Benutzer A bekommt jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Rechenzeit. Wir sprechen hier von Millisekunden. In der wird er bedient. Der Computer rechnet für ihn. Alle anderen stehen still. Dann geht praktisch gedanklich eine Zeitscheibe weiter. Jetzt werden praktisch die ganzen Prozessorinhalte, die jetzt im Moment sozusagen gelten würden für den Benutzer A, werden eingefroren. Das merkt sich die Zentraleinheit. Das ist nämlich das ganze Memory Management, was das Betriebssystem dann macht. Dann ist die Reihe an Benutzer B dran. Jetzt kriegt der 10 Millisekunden Rechenzeit, kann sein Excel weiter bedienen. Dann wird wieder sein Stand komplett eingefroren. Es geht zu Benutzer C, Benutzer D. Und weil das rasend schnell geht, hat jeder Benutzer das Gefühl, er wird ständig bedient. In Wahrheit ist er immer nur ganz kurze Zeit dran, dann die nächsten. Und er ist aber sehr schnell wieder dran. Deswegen hat man das Gefühl, dass alle gleichzeitig bedient werden. Das ist aber nicht so. Und genauso wird es mit verschiedenen Prozessen und Unterprozessen wieder gemacht. Was nimmt man denn für Programmiersprachen, wenn wir hier gerade vom Thema finite Elemente reden? Assembler ist die älteste Programmiersprache überhaupt. Ist etwa 1950 entwickelt worden. Die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Schneller geht es nicht mehr. Ist relativ heavy für Anfänger das Ganze. Ich werde Ihnen gleich mal einen kleinen Anblick geben, für die, die meine Vorlesung Programmieren für Ingenieure nicht besucht haben. Typischer Einsatz heute immer noch für Spiele, weil rasend schnell und für Mikrocontroller und so späße. Fahrt dran ist die älteste höhere Programmiersprache überhaupt. Sie wissen, das ist ein Akronym. Deswegen schreibt man es richtigerweise im Deutschen groß. Weil es zusammengesetzt ist, nämlich aus Formulatranslator, Formelübersetzer. 1954 entwickelt worden, rechnet sehr, sehr schnell. Denn Sie werden lachen oder Sie werden es nicht glauben. Auch die Struktur der Sprache wirkt sich hinterher auf die Geschwindigkeit doch sehr aus. Das ist für Anfänger eigentlich gut zu lernen, Fahrt dran. Das ist gar nicht mal so besonders schwer. Das ist auch ganz angenehm. Ich habe da sehr gerne und lange programmiert. Ist typisch eigentlich für die Technik, für Naturwissenschaftler und Ingenieure. 1958 hat man COBOL entwickelt. Steht für Commercial and Business Oriented Language. Also für die Kaufleute. Rechnet auch ziemlich flott. Ist gut für Anfänger. C ist die nächste sozusagen. Ja, das ist keine höhere Programmiersprache. Das wird immer behauptet. Das stimmt nicht. C ist in Wahrheit ein portabler Assembler. Das ist deutlich primitiver wie Fahrt dran. Deutlich primitiver. Ist um 1970 entwickelt worden. Die Geschwindigkeit ist auch sehr, sehr hoch. Ist für Anfänger nicht ganz einfach. Ist aber ideal für die Technik, für Grafik. Und es gibt keine wirkliche Universalprogrammiersprache. Jeder hat ihre Vor-Nachteile. Aber ich würde sagen, C kommt dem Ideal einer Universalsprache noch mit am nächsten. Basic wurde auch im 1970 entwickelt. Steht für Beginner's All-Purpose Instruction Code. Also bewusst für Anfänger gemacht. Ist relativ langsam. Das hängt auch mit der Sprachstruktur ein bisschen wieder zusammen. Ist einfach zu lernen. Geht einfach. Und ist allround-fähig. Kann man für die Technik nehmen, für Wirtschaft, alles mögliche. C++ ist ein Superset von C. Also C++ enthält immer auch C als Untermenge. Wurde 1985 entwickelt. Hieß ganz ursprünglich mal C mit Klassen. Wurde auch übrigens bei AT&T entwickelt. Genauso wie C selber. Die Geschwindigkeit ist hoch. Allerdings nicht so hoch wie bei C. Ist in meinen Augen sehr schwierig zu lernen. Aus Gründen, die jetzt viel zu weit führen. Ist aber auch allround-fähig. Dann, Sie wissen, Java oder Java oder wie immer Sie das nennen wollen, ist in aller Munde. Wurde 1995 entwickelt. Ich habe mich schon tatsächlich 1995 damit befasst. Sie werden es kaum glauben. Ich mag diese Sprache überhaupt nicht. Ich kann nicht sagen, warum. Das ist ähnlich. Sie kennen das vielleicht. Man schlägt manche Bücher auf und legt sie sofort wieder weg und sagt, das Buch will ich nicht. Irgendwie, warum kann keiner sagen. Ob Ihnen die Grafiken nicht gefallen. Der Satz. Ob es zu klein, zu groß ist. Das ist bei Java ähnlich. Es gibt viele Leute, die finden das toll. Ich mag es gar nicht. Es ist relativ langsam, weil es eine Beitsprache ist. Eine Byte-Code-Sprache ist für Anfänger ganz gut. Es ist eine Allround-Sprache. Das konnte natürlich Microsoft nicht auf sich sitzen lassen, weil dieses Java, weil es eine Beitsprache ist, kann man sehr leicht, ist sozusagen sehr leicht auf andere Prozessortypen zu übertragen. Das heißt, das braucht man gar nicht. Denn Java erzeugt keinen Maschinen-Code, der Java-Compiler. Der erzeugt einen Byte-Code. Und zwar ein Code für einen virtuellen Prozessor, den es überhaupt nicht gibt in Wahrheit. Und dann praktisch auf jedem Computer ist ein relativ kleines Programm, der praktisch diesen Byte-Code, der universell ist, interpretiert und umsetzt für den aktuellen Prozessor, der jetzt wirklich drin ist. Das ist ein uraltes Konzept. Das hat man schon beim Betriebssystem, beim UCSDP-System gemacht. Das ist ein uralter Hut. Man tut so, als wäre es eine neue Erfindung. Kommt aus den 70er Jahren. Das ist eigentlich eine prima Idee, aber dadurch, dass Sie praktisch in zwei Stufen vorgehen. Sie haben praktisch den Byte-Code für einen virtuellen, nicht existenten Prozessor, der dann sozusagen auf der jeweiligen Maschine interpretiert werden muss. Das geht natürlich auf die Geschwindigkeit. Das ist ja irgendwo klar. Aber nur so könnten Sie Handys bedienen und Tabletts. Wenn Sie mal gucken, gerade bei Android, da gibt es Handys und Tabletts mit allen möglichen Prozessortypen, auch mit Intel-Prozessoren, weiß der Kuckuck was. Und das könnten Sie ja nicht jedes Mal neu übersetzen. Das wäre Wahnsinn. Und da ist diese Idee mit diesem Byte-Code fantastisch gut, der dann jeweils sozusagen auf der Maschine direkt dann uminterpretiert wird in den harten Maschinen-Code. Das konnte natürlich Microsoft nicht auf sich sitzen lassen und hat eine Sprache als Konkurrenz zu Java herausgebracht, auch eine Byte-Code-Sprache, C-Sharp. Kam etwa im 2000 raus, ist auch relativ langsam, ist gut geeignet für Anfänger, ist sozusagen derselbe Einsatzzweck. Java mag ich überhaupt nicht, C-Sharp mag ich. C-Sharp finde ich richtig gut. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Assembler. Hier nochmal ein Ausschnitt. 8086 Assembler. Also für den sozusagen Ur-IBM-PC. Die Register. Es gibt in Wirklichkeit nur vier Universalregister. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben vorhin gesehen, so ein MIPS-Prozessor, die haben 64 Universalregister. Hier gerade mal vier. Das ist übrigens bei den modernsten Intel-Prozessoren nicht sehr viel anders. Nimmst AX, BX, CX und DX Register, die man wieder in Halbregister A High für die oberen 8-Bit und A Low, AL für die unteren 8-Bit unterteilen kann. Das war übrigens ein genialer Trick. Warum hat man das gemacht? Damit konnte dieser Prozessor auch alte 8-Bit-Programme ausführen. Deswegen hat man diesen Trick gemacht. Das ist eigentlich sehr, sehr clever. Dann braucht jeder Prozessor, egal von welcher Firma der kommt und wie aufgebaut ist, braucht einen Stack-Pointer und einen Base-Pointer, auch Frame-Pointer genannt. Das sind Spezialregister, das sind eigentlich Verschieberegister. Sie wissen, wenn Sie mal was Richtiges lernen wollen, besuchen Sie bei mir Programmieren für Ingenieure 1. Da mache ich nämlich drei oder vier Vorlesungseinheiten nur über Assembler. Und dann wird Ihnen ein Licht aufgehen, wie ein Prozessor wirklich arbeitet. Das sind Verschieberegister, SOAS, Index und Destination Index. Jeder Prozessor der Welt hat einen Programm-Counter, der sozusagen von Programmschritt zu Programmschritt weiter rückt. Das sind Besonderheiten der Intel-Prozessoren. Die sogenannten Segment-Register führt jetzt viel zu weit. Und PSW-Prozessor-Statuswort, ein Status-Register, braucht man auch für bestimmte Sachen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie wollen dem Intel 8086 sagen, addiere doch mal die Zahl 2000 und 1000. Erster Befehl, den Sie machen, MOVE AX,2000. Das ist Assembler. Das ist der Maschinencode. Und das Besondere hier zwischen den beiden. Der Prozessor versteht nur 0 und 1. Der versteht kein MOVE und kein AX. Kennt er nicht. Der kennt das. Aber das hier ist eine wohlgemerkt eine eindeutige Zuordnung. Sie kommen von dem direkt wieder zu dem und umgekehrt. Das ist eine Besonderheit. Das ist nämlich bei höheren Programmiersprachen nicht der Fall. Zum Beispiel, die ersten vier Bits hier kennzeichnen den MOVE-Befehl. Das fünfte Bit gibt an, dass es eine 16-Bit-Operation ist. Die nächsten drei Bit, die hier, stehen nämlich für das Register AX. Und die restlichen 16 Bit, das sind nämlich hier, das ist nämlich die Zahl 2000. Und jetzt müssen Sie noch eine Gemeinheit bedenken. Bei Intel-Prozessoren wird immer erst das Low-Byte genannt, angegeben, das Niederwertige und dann das High-Byte. Also Sie müssen jetzt die beiden acht Bit-Gruppen nehmen, die hier und die und auch noch vertauschen. Und dann stellen Sie fest, wenn Sie das Bit-Muster haben, das vertauscht, das ist 2000. Jetzt wollen Sie addieren. Sie haben also erstmal die Zahl 2000 ins AX-Register geschafft. MOVE, ja eigentlich in Wirklichkeit Copy wäre besser. Sie kopieren das da rein. Sie bewegen das nicht, aber das heißt auf jedem Prozessor, das ist halt der MOVE-Befehl. Kennt jeder Prozessor, egal von welcher Firma, welche Architektur. Ob 8-Bit, 4-Bit, 64-Bit, egal, den gibt es immer. Und dann add, addier-Befehl, addiere zum Inhalt des AX-Registers 1000. Die ersten 7-Bit hier drin, kennzeichnen den add-Befehl. Das 8-Bit hier, das gibt mal wieder an, es ist eine 16-Bit-Operation. Und das hier ist wieder sozusagen die beiden Bits, die beiden Bits vertauscht, die Zahl 1000. Jetzt steht als Ergebnis im AX-Register die Zahl 3000 drin. So in etwa geht das. Sie sehen, das ist alles sehr, sehr fummelig. Aber das ist die einzige Sprache, die der Prozessor versteht. Und ganz früher, vor 1950, hat man so die Computer programmiert, mit einer endlosen Folge von 0 und 1. Dass Sie hier Fehler ohne Ende machen, das ist ja wohl klar. Und dann hat man sozusagen die Assembler-Sprache erfunden, die für jeden Prozessor völlig anders ist. Aufgepasst! Wenn Sie Assembler Intel 8086 können, dann können Sie noch lange nicht Motorola 68000 Assembler. Völlig anders. Natürlich die Grundbefehle, die gibt es auf jedem Prozessor, die heißen aber zum Teil auch anders. Zum Beispiel bei manchen Prozessoren heißt es unbedingt der Sprung Jump und beim anderen heißt der Branch. Deswegen habe ich Ihnen das mal hier hingebracht. Jeder Prozessor hat seinen eigenen Befehlssatz. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nämlich eben Intel 8086 8, das ist was vollkommen anderes wie Motorola 68000 Assembler. Völlig anders. Die sind auch intern ganz anders aufgebaut, die Prozessoren. Aber einen Move-Befehl haben Sie immer, einen Sprung-Befehl haben Sie immer, einen Instruction-Pointer haben Sie immer, einen Stack-Pointer haben Sie auch immer. Das heißt, es lohnt sich trotzdem, wenn man mal eine Assembler-Sprache da mal ein bisschen einsteigt, kommt man sehr, sehr schnell in die andere rein. Schauen Sie, so sieht das aus für den 80386. Das ist übrigens so, würden Sie das live bei mir unterrichtet bekommen in Programmieren für Ingenieure 1. Nämlich Procedure, den Push-Befehl, der wirkt auf den Stack. Move sozusagen. Dann Intel-Befehl, müssen Sie mal rückwärts lesen. Normal sagt man mal irgendwas, Quelle, Ziel. Bei Intel ist es immer umgekehrt, nämlich Ziel, Quelle. Nämlich gib den Stack-Pointer auf den Frame-Pointer. Load-Effective-Adress, Push, Call. Call, das kennt man auch aus FAT dran, heißt da genauso. Rufe ein Unterprogramm, Add, kennen wir schon, Addier-Befehl. Und, 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 und. Compare-Befehl, Vergleiche. Jump if below, Springe, wenn sozusagen kleiner. Und, und, und. Mehr müssen Sie gar nicht wissen. Hier mal drei Sprachen zur Auswahl. Basic. Gib eine Zahl ein, multipliziere sie mit drei, gibt das Ergebnis wieder aus. Sie sehen, das ist sehr easy. Kein Problem. In FAT dran, sieht das Ganze, ist es schon ein bisschen mehr. Wobei man das FAT dran-Programm auch ein bisschen strippen kann, noch in Wahrheit. Aber es ist schon ein bisschen mehr. Nämlich, Sie müssen angeben, was es für Datentypen sind, was Sie auch nicht wieder wirklich müssen, weil FAT dran implizite Datentypen kennt. Wenn Sie nicht angeben würden, I und K, wüsste der FAT dran-Compiler auch von sich aus, dass K und I Integers sind, weil Sie nämlich mit I, J, K, L, M beginnen. So einfach. Und Sie sehen, in C wird das Ganze noch ein bisschen kryptischer, das Ganze. Wobei der eigentliche Rechenbefehl, nämlich K, nimmt den Inhalt von I mal 3, weise in K zu. Der ist in allen Fällen gleich. Aber so das Drumherum, das Einlesen, Ausschreiben, das ist hier in Basic am einfachsten. In FAT dran etwas schwieriger und in C schon ein bisschen fummeliger stellenweise. Dann ist natürlich gerade für Computer und FE und CAD-Anwendung Computergrafik ganz wichtig. Das ist ein besonderes Gebiet, wie man sowas macht. Dafür gibt es ja meine Vorlesung Programmieren für Ingenieure 2, die das erste aufbaut. Und das ist zum Beispiel so aus der Vorlesung praktisch mit einer Szene im Hintergrund, vorne sozusagen ein Teil, was konstruiert ist. Und wenn wir davon reden, denn Sie haben ja jetzt öfter auch Programme in der Anwendung gesehen, die Open Source Version vom Z88, aber auch das Aurora. Und wie macht man sowas? Nämlich Computersprachen sozusagen und Grafik. C ist immer sehr dankbar, denn heute gibt es nur noch zwei große 3D-Grafik-Bibliotheken. OpenGL, was übrigens auch auf Ihrem Handy läuft, und zwar sowohl auf dem Android als auch auf dem iPhone. OpenGL, wenn auch ein bisschen abgespeckt. Und dann gibt es noch von Microsoft DirectX, das läuft natürlich nur auf Windows-Computern, ist aber von der Bedienung sehr, sehr ähnlich. Und andere, die es früher mal gab, sind den Weg alles Irdischen gegangen, braucht kein Mensch mehr. OpenGL, diese große 3D-Grafik-Bibliothek, mit der Z88 komplett arbeitet, ist übrigens selbst in C programmiert. Deswegen bietet es sich an, als Programmiersprache C zu nehmen. Freie C-Compiler gibt es jede Menge, gute freie C-Compiler. Professionell ist Visual Studio. Und der Oberknaller ist Intel C++. Wir wissen, dass C eine Untermenge von C++ ist. Der erzeugt den rasend schnellsten Code, aber Visual Studio ist auch nicht schlecht. Kann man nicht sagen. Der erzeugt, schneller geht es nicht mehr. Na gut, wer kennt sich besser mit seinen eigenen Prozessoren aus als Intel? Ist irgendwo klar. Das passt, kann ich Ihnen empfehlen. C++ zusammen mit OpenGL würde ich persönlich nicht machen. Es wird immer wieder mal empfohlen und gemacht, aber C++ ist auf dem absteigenden Ast. Wenn man mal die neuesten Statistiken anguckt, was so weltweit am meisten benutzt wird, dann ist, man sollte es nicht glauben, C immer noch mit die meistbenutzte Computersprache überhaupt. Nein, nicht Java und nicht Basic und sonst was, was es alles gibt. Nee, tatsächlich C. Das können Sie in allen möglichen Sachen nachlesen. Was ich sehr mag, ist C Sharp. Da gibt es auch schöne freie Compiler. Sogar von Microsoft gibt es Visual Studio Express. Das ist dankbar. Und wenn Sie da Programme machen mit Windows Forms oder der, ach wie heißt es, ich muss immer mal selber nachgucken. Mit der WPF, auch von Microsoft, kann man wirklich sehr, sehr schöne Programme machen. Sehr fein, kann ich Ihnen empfehlen. Schicke Sache. VATRAN 77 ist zum reinen Programmieren von harten Rechenaufgaben eine feine Sache. Da gibt es auch sozusagen alle möglichen freien VATRAN Compiler. Intel VATRAN gibt es auch direkt. Geht natürlich dann auch richtig zur Sache. Da können Sie davon ausgehen. Mit so Widget Sets, um eben Push Buttons zu machen und was eben ein modernes Fensterprogramm eben alles hat, müssen so Fremdanbieter zurückgreifen. Hier bei C können Sie die Win API nehmen oder GTK Plus, sind sie alles los. So was gibt es von Fremdanbietern. Aber irgendwie ist das nicht der Hit. Und OpenGL, es gibt natürlich Rapper, die sozusagen VATRAN Befehle dann umsetzen, eigentlich in C Befehle, weil die Schnittstelle von OpenGL ja eine C Schnittstelle ist, würde ich nicht machen. Es ist alles unnötig fummelig. Das bringt nichts. Und die älteren FATRANs, FATRAN 4 oder auch neuere FATRANs, da trifft eigentlich dasselbe zu. Ich habe nur deswegen FATRAN 77 genommen, weil das, sagen wir mal, auch in der Literatur sehr, sehr verbreitet ist und auch im Internet eine Unmenge an Source Code für FATRAN 77 rumfliegt. Das ist eigentlich, es hat so eine gewisse Sonderstellung. Übrigens die Zahl, es sagt immer, wann es sozusagen rausgekommen ist und international genormt worden ist, nämlich 1977. Und Sie ahnen schon, FATRAN 95 ist eben 1995 rausgekommen und homologiert worden, so sehr ich FATRAN Fan bin. Zum reinen Rechnen bestens. Mit Grafik und damit so moderne Fensterprogramme aufzubauen, umständlich. Würde ich mir nicht antun. Kann man machen, aber muss nicht sein. Was gibt es für sogenannte Widget Sets? Das sind nämlich genau die, die Ihnen das Look und Feel beisteuern. Also sozusagen wie diese Buttons, die Schieberegler, die Auswahlboxen, irgendwelche Befehlsleisten. Da gibt es eine ganze Latte und die bekannteste ist die Win-API. Das ist sozusagen das Windows Application Programmer Interface, also die Schnittstelle für den Anwendungsprogrammierer. Die Rechte liegen natürlich bei Microsoft, ist klar. Ist in C, wohlgemerkt. Ach, schon mal wieder. Gibt es für Windows, natürlich für Linux und Mac eher nicht. Ja, ich weiß, da kann man ein bisschen tricksen, aber es ist alles nicht das Wahre. OpenGL kann man sehr schön ansteuern, zusammen mit der Win-API. Geht prächtig. Ist eine feine Sache. Aber irgendwann war Microsoft mit seiner eigenen API nicht mehr zufrieden und hat die MFC rausgebracht, die Microsoft Foundation Class. Das sind Klassenbibliotheken für C++ von Microsoft. Ich mag das Ganze überhaupt nicht. Und der große Charles Petzold, den kennen Sie nicht? Das ist der Windows-Guru schlechthin auf der Welt. Dem sein Buch über Windows-Programmierung, das muss jeder haben, der Windows-Programmierung ist. Das muss man haben. Und der hat dann auch ein Buch über C-Sharp geschrieben mit Windows. Das ist auch große Klasse. Und er selbst schreibt, er fand die MFC immer dürftig und schlecht, deswegen hat er nie ein Buch drüber geschrieben. Okay. Scheint was dran zu sein. Was eine sehr dankbare Sache ist, ist .NET, das ist ja auch von Microsoft, und Xamarin. Mit Xamarin habe ich schon vor sechs, sieben Jahren gearbeitet. Da war das eine eigenständige Firma. Das hat Microsoft gekauft. Und das ist auch eine ganz ideale Schnittstelle .NET und Xamarin für die Handy-Programmierung. Ist eine ganz feine Sache. Also mit modernem Visual Studio können Sie schön in C-Sharp, können Sie prima Android programmieren. Oder auch iOS geht fantastisch gut, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Ist eine feine Sache. Was gibt es noch? Motiv. Da ist die Rechtslage nicht klar. Das ist auch in C. Wird auch in C angesprochen. Zusammen mit OpenGL geht das sehr gut. Und die früheren Open-Source-Versionen für Unix, die hatte ich mit Motiv gemacht. Das Motiv, weil die Rechtslage nicht klar ist, das war ein Konsortium aus IBM, HP und weiß der Kuckuck wem. Dann kam eine Gruppe von mehreren US-Studenten, die haben gesagt, so, wir wollen jetzt mal ein richtiges Malprogramm, ein Zeichenprogramm machen. Praktisch so eine Konkurrenz zu Adobe, Photoshop oder was immer Sie wollen. Und zwar, das ist der GIMP. Das GNU Image Manipulation Program, kurz GIMP. Und das allererste GIMP haben die mit Motiv gemacht. Dann haben sie festgestellt, rechtslage, diffus, schwierig, wer weiß. Nachher, wenn man da verklagt von IBM und sonst wem, wir machen einfach unser eigenes Motiv. Und das haben sie GTK genannt, nämlich GIMP Toolkit. Und irgendwann in der verbesserten Version sozusagen GTK Plus. Das wird, ist gedanklich ganz ähnlich wie das Motiv aufgebaut, wenn man sich damit aufkennt. Das steht aber unter der GNU GPL, also ist frei von allen Rechten. Sie kriegen auch alle Quellen. Ist in C mal wieder programmiert. Ach, schon mal wieder. Und das große Plus, das gibt es für Windows, für Linux und für Mac. Und wir benutzen das nämlich für unser Aurora. Das machen wir mit GTK Plus. Ansteuern, dann von der OpenGL Bibliothek. Das macht man entweder über die sogenannten Wickelbefehle oder über die GLX Befehle. Oder über ganze Drawing Widgets. Wir benutzen eine Upart vom GTK GL Drawing Area, von dem hier. Das geht perfekt. Und dann gibt es, last not least, vielleicht. Die Leistung, das leistungsfähigste Widget setzt, bis hin zu Datenbankzugreffen. Qt, Qt, wird Qt gesprochen. Sie wissen, Qt heißt im Englischen so viel wie clever, schlau, irgendwas. Das wurde mal von einer finnischen, ne, norwegischen Firma namens Trolltech entwickelt. Wurde dann irgendwann an Nokia vertickt. Ich habe hier bewusst ein Fragezeichen, weil Nokia, die haben es dann wieder weiter vertickt an irgendjemand. Und die Rechtslage ist unklar. Ich habe das selber sogar mal bei denen nachgefragt. Das wird mit C++ angesteuert. Und sogar eine Erweiterung von C++ sind da nötig. Sogenannte Slots und so Krempel. Charme ist, gibt es auch für Windows, für Mac und für Linux. Und bei den beiden hier, GTK Plus und Qt, hat man den Charme. Man macht ein Programm und das muss nur neu übersetzt werden. Und dann läuft derselbe Quellcode übersetzt natürlich dann auf Linux oder auf Mac. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Und damit decken Sie mit dem oder dem praktisch sämtliche Computer ab, die es überhaupt gibt. Also hier so, die man am Schreibtisch stellt. Handys natürlich nicht, wobei das Qt gibt es auch für Handys. Das ist in meinen Augen ein bisschen technischer Overkill. Bedeutet, wenn Sie sowas mal selbst programmieren wollen. Hier GTK Plus. Das ist okay, nett mit Xamarin. Große Klasse, sehr angenehm mit C Sharp. WinAPI. Das ist sozusagen der Assembler unter den Widget Sets. Hat der Stoff. Also richtige Hardcore Programmierung. Aber es ist hinterher rasend schnell natürlich. Unser Z88 Aurora. Sie sehen, das ist eine ältere Version, aber die ist auch schon so angelegt. Und was Sie hier eben sehen. Solche Fensterchen. Solche Unterfenster. Hier solche Buttonleisten. Menüs hier. Das ist ein Widget Set. Das nennt man ein Widget Set, was die bereitstellt. Sie werden doch nicht etwa so Krempel selbst programmieren wollen. Da sterben sie ja bald. Sondern das holt man aus Bibliotheken und muss es natürlich einprogrammieren. Unser Aurora, was Sie mehrfach gesehen haben, ist komplett in C programmiert. Als Widget Set haben wir GTK Plus genommen. Und als Graphic Library OpenGL. So, jetzt haben Sie mal eine lose Frage. Und wenn Sie sich mehr dafür interessieren, suchen Sie meine Vorlesung Programmieren für Ingenieure 2. Das ist ein Widget Set.